So, und hier hinten ist auch noch so ein Automat. Automat. Oh. Da nehme ich mal wieder hier die Wuchtbrumme. Oh, das ist auch... Stirb, du Luder. So. Also gerade dafür ist doch die Wuchtbrumme gut. Ach, du Scheiße. Okay, der da hinten ist erstmal weg. Dann müssen wir hier drauf springen. Oh. Eigentlich zu schade dafür, diese Waffe zu nehmen. Ach, du Scheiße. Aber, Dr. Cortex, um zu erreichen, muss nicht nur dein Meister-Kristall sein, aber auch die restlichen Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall. Alter, wie geil. Einfach nur geil. So, was haben wir denn hier noch? Alter, das ist irgendwo der Hammer hier, die Map, ehrlich. So, erstmal nachladen. Äh, was nehme ich? Ich bleib mal bei dem harten Kaliber hier. Hast du hier schon in der Jukebox irgendwas gedrückt? Cortex-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Krist Nein. Ist da Muni in der Mitte, ne? Ach ja, sicher. Oh. Alter. Ach du Scheiße. Die sabbern schon alle. Klar, hier ist Muni. Voll die große... Oh, na 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 no witch. Boah, was ist denn der Fotze? Scheiße, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ich muss geholfen werden. Alter, Alter, Bonsai Hunter hier. Nein. Was hast du für ein Level? Alter. Die Munition dieser Waffe kann nicht wieder aufgeladen werden. Fuck, scheiße, wieso nicht, wieso nicht? Alter. Ja, und jetzt? Ich hab nur noch die Pistole. Ah, ist das keine Waffe? Nein. Die konnte nicht wieder aufgeladen werden, Stand da. Das muss aber gehen. Nee, Stand da. Äh, ich war der schweren Bumme. Ach so, ja, okay. Scheiße. Hilfe. Alter. Alter. Geil. Alter, das war die... Das war die schwere Waffe. Und da sagt er, nee, die kann nicht aufgeladen werden. Er sagt, die Scheiße, ich habe jetzt nur die Pistole. Ich bin fast tot. Halte dich mal, halte dich mal. Yo. Ich bin fast tot. Ey, das habe ich jetzt erst mal gerade gesehen. Alter. Ey, das ist aber jetzt ein bisschen scheiße. Ich habe keine Waffe. Hier liegt auch nichts. Okay, man kann da nicht rein. Das ist aufgegangen, ne? Ja. Das hier. Ja. Alter. Ja, ich brauche unbedingt ne Waffe. Ich sammle mal ein. Hui. Heilige Scheiße. Oh. Thanks. Die knallen wir erst mal ab. Und, äh, ich muss gleich erst mal ne... Da ist Medikit. Da hinten ist noch eins. Waffe. So, eine Sekunde. Ich, ich lade erst mal eben kurz nach. Okay, okay, okay. So, pass auf. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Verarztet euch erst mal. Im Moment, äh, ist alles hier in Ordnung. Boah, der Coach, der sieht auch nicht gerade gut aus. Aber, gut, hoffen wir mal, dass das noch geht. So, pass auf. Äh, ich glaube... Ach du Scheiße, schon wieder springen. Alter, das, das kann ich nicht. Das ist nicht so mein Ding. Also, ich bin schon runtergefallen vorhin an der Brücke. Alter, soll ich jetzt? Ja. Der Coach steht ein bisschen im Weg. Alter. So, wartet mit dem Nachkommen. Erst dann muss ich hier runter wieder. Sonst stehen wir uns gegenseitig im Weg. Ja, ja. Alter, okay, dann könnte er nachkommen. Booma. Ich glaube, die anderen zwei, die haben wieder 80 Leben. Das ist so schofel, ne? Ich springe jetzt weiter. Ja. Alter, das ist so schofel. Okay, hier kann man nix machen. Oh, oh. Oh. So, hier ist ein größerer Steg. Alter, da kriegst du einen Herzinfarkt, ne? Ja. So, ich, äh... Warte, ich lade erst nochmal eben nach. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Wer ist das? Ich. Nicht, dass er dich runter schiebt. Aber der schiebt dich runter, Alter. Alter. Nein. Ich bin aber wieder hier. Hä? Alter, was ist das denn? Was mich darunter stoßen wollte? Puh. Dann muss ich ganz schnell rüber. Was? Moment, bin ich jetzt hier am Anfang? Wo seid ihr denn? Wir sind schon drüben. Ach, ich bin am Anfang wieder angekommen. So, warte. Was hat mich denn da weggestoßen? Hier dieses Kamerading, was hier drüben. Alles klar, alles klar. Alles klar. Jetzt, jetzt, jetzt kapier ich. Das heißt, ich muss da schnell drüber, ne? Ja. Okay, 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 okay. Was hat das mit dieser Hüpfeinlage hier auf sich? Muss man nicht drauf, ne? Alter, der Kot steht in der Luft. Wie soll ich da rüberspringen? Sag mal, bist du hier drüber gehüpft über dieses... Ne. Was? Doch, du musst hier drauf springen. Alter. Alter, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Alter, das geht gar nicht. Ey, da scheiße dir eine Buchse. Wenn der jetzt einmal so rum... Jetzt darfst du springen, 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 springen. Oh. Äh, der ist einmal auf dem vorderen. Hier vorne ist der auch drauf, ne? Ja. Also, das heißt, man muss hier drüber, über den nächsten und dann schnell rechts laufen, ne? Ja. Okay, pass auf, ich versuch's. Oh, 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 oh. Alter. Du wurdest doch gedrückt. Ja, ich wurde gedrückt. Hey, das ist wie Minecraft. Ey, aber wirklich, ey. Oh, scheiße. Irgendeiner hat sich jetzt die Pillen geschnappt. Naja, gut. Es hat vielleicht einer nötiger als ich. Äh, warte mal, in welche Richtung müssen wir... Von da sind wir gekommen. Du hast doch Pillen. Äh, ach ja, stimmt, hab ich jetzt wieder. Äh, alter. Will ich wieder hier hin? Ach, du scheiße. Was? Wo müssen wir denn... Zurück, zurück, zurück. Ach, und dann da hinten weiter, wo du jetzt bist, ne? Ja. Hilfe! Nein! Oh, du scheiße. Ich schieß durch, ich schieß durch. Nein. Aber das war natürlich jetzt auch blöd, ne? Ja. Jetzt bist du runtergefallen. Alter, ist das eine Scheiße. Ach, nein, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Der ist da doch immer noch. So, ich hab den getötet. So, pass auf. Das heißt, man muss hier durchspringen. Und dann sofort weitergehen, ne? Ja. So, ich versuch das mal. Ey, wer steht hier neben mir? Ey, mich nicht wegschubsen. Cool bleiben. Okay. Na, toll. Ich hätt vorher nachladen sollen. Der Gott ist blöd, ey. Alter, alter. Gut, dass ich geschossen habe. Einfach mal ins Leere. Guck mal zurück, wo der Coach ist. Nein. Alter, der springt ja jedes Mal runter. Ist der blöd. Okay, ich mach jetzt mal. Ja, geh doch mal weiter. Go. Aha. Go. Jeder schnappt sich in der Waffe. Okay, ich hab gedrückt. Oh, jetzt kann der rüberlaufen. Nice. Ich hab gedrückt. Äh, seid ihr hier? Hallo. Okay. Alter, die Monitore. So, warte mal eben. Erstmal hier die Kisten. Siehste? Komm schauen. Okay, aber ich bleib mal bei meiner. Kommt von da hinten eine Welle rein? Äh, Smoker. Zwei. Okay. Zwei Smoker. So, da ist noch was. Ich bleib mal bei meiner hier. Ach, hier geht's weiter. Aha, okay. Okay, ich geh hier runter. Ja. Alter, hier ist Schutzraum. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Genau, da war ich. Hier war ich. Und dann mach, äh, Tür zu. Aber okay, ich mach. Wir sind alle drin, ne? Ja. Alter, coole Sache. Coole Sache, Alter. Das ist genau der Raum, wo ich geteilt bin. Geil. Alter, das ist so cool, die Karte, ey. Ich fass es nicht, ey. Boah, und dann die Monitore, weißt du? So richtig, so gruselig. Wusel, wusel, pupusel, in der Bluse. Ja. Ja. Ja, nee, ist klar. Bluse, bluse, pupusel. Oh, weh die Packs. Verbandszeug. Äh. What? Wo ist denn der Coach hier? Hier, im Fenster da, am Anfang. Hä? Kannst du jetzt mal stillhalten? Ich muss dich verbinden. Was machst du? Wo sind denn hier noch Medi-Packs? Hier, wo Alice ist. Hier. Ach, da. Ja gut, aber ich, äh, ja, oder? Aber ich glaube, wir sollten die lieber liegen lassen, wa? Weil ich glaube, wir haben... Hä? Das, äh, verbindet sich immer neu. Also immer vier neue kommen da. Ehrlich? Okay, dann mach ich das mal eben. Hier sind Waffen! Dann mach ich das mal eben. Was denn, Scheiße? Äh, okay, so, pass auf. Jetzt erst mal eben kurz gucken, wegen der Waffen. Ähm. Äh, äh, ja, ich nehm lieber die, da hab ich jetzt mehr Muni für. Äh, okay. So, warte mal eben, meine Knarre lad ich auch nochmal eben nach. Okay. So, äh, so, pass auf, siehste? Jetzt ist nämlich da, one dump to the next, der Diamant. Und bei Night Wasted auch der Diamant. Das heißt, als nächstes kommt Slight Drizzle, würde ich mal so sagen, oder? Übersetzt das mal. Ja, übersetzt das mal. Was heißt das dann? Slight Drizzle. Keine Ahnung. Übersetzt das mal. Also, die nächste Karte ist Slight Drizzle. Übersetzt man auch gerne mit Slight Drizzle. Äh. Fertig. Fertig. Und los. Oh. Alter. Die ist noch. Ist ja wie im RL. Alter. Hier ist was anderes ruhig gekommen. So, pass mal auf, ich jetzt, der schießt mal eben mit der Pistole. Die Kisten. So, da ist wieder was Waffenmäßiges. Aber ich, 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 äh. Warte mal. Ah, ich nehm die hier. Komm. Alter. Hilfe, 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 Hilfe. Alter. Ich seh nix, ne? Ich seh auch nichts. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Das ist auf jeden Fall ne Wand, die immer hin und zurück kommt. Die hin und zurück kommt? Ja, oder die da hin und her schiebt. Das ist nicht witzig. Also, wir müssen hier wohl weiter, ne? Alter, die Sichtweise ist katastrophal. Ich spring jetzt mal. Alter. Da waren Bauarbeiter. Ich glaube, die haben hier noch nicht zu Ende gebaut. Alter, hier ist die, hier ist die Wand. Äh. Ah, ein Bomber. Nein. Nein. Ich hab den nicht gesehen. Alter, ich seh nichts mehr. Hilfe. Ich seh nix. Bist du auch unten? Ja. 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 Alter. Wo muss man denn entlang? Ja, das war ja schon mal ne Nullnummer. Wo, wo kommen wir denn hier hoch? Alter, was? Hier, 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 hinten, hier, hinten, hier, hinten, hier, hinten. Mach's, äh, okay. Ich nehm lieber die Leiter. Ja. Warte, so jetzt. Äh, Moment. Die sind Pilgen. Warte mal kurz. Äh, äh, warte mal. Wo sind die Pillen? Okay. Das hat jetzt wieder jemand anders. Ja, ist egal. Äh, okay. Ähm. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ich war's nicht. Egal. Ich war's nicht. Genau, zerschieß mal. Ist da was witziges? Nee, ne? Okay. Ich, 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 ich hab hier irgendeinen Wahnsinnigen gehört. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir müssen dann hier in diese Richtung weiter. So, erst mal gucken, wie sich die Wand verhält. Da können wir aber direkt durchlaufen. Okay, okay, okay. Da, da hinten. Alter. Ganz fiese Kreaturen der Hölle. Und weiter. Und nachladen. Halt, da hinten steht da auch schon wieder einer. Okay, jetzt nicht mehr. Und jump, jump, jump. Oh. Nein. Ich bin unten. Da ist wieder ein Leiter. Äh, da. Außenrum. Alter, was ist denn hier? Strömung oder was? Alter, ich komm hier nicht. Alter, wieso komm ich hier nicht weg? Jetzt. Deswegen Coach. Alter, komm. Geh doch mal aus dem Weg, du Kacker. Alter, was ist denn hier? Ich werde weggefemmst ewig. Hinter uns, hinter uns. Ey, wieso werde ich hier immer weggedrückt? Der Coach merkt nichts. Alter, wer schreit denn hier so? Oh, da, da, da. Erledigt. Die fallen alle runter. Alter. Ich hab mich, ich hab mich, ich hab mich. Da kommt noch mehr. Alter, da hinten sind, glaub ich, ganz viele von den Kotzern. Alter, die Musik. Oh, was ist das?